Ja, hi! Ja, moin und herzlich willkommen zu heutigen Folge 7 Days to Die. Was geht ab? Ja, die nächste Quest oder was? Ich, äh, ja. Ich möchte nur kurz anmerken, ich bin sehr enttäuscht. Hier ist so ein Honigstand, ja. Hier ist so ein süßes Honig, äh, so ein Bienenschild, was mich hierher getriggert hat. Und ich gucke hier so rein und weißt du, was es hier nicht gibt? Honig. Honig. Ja, oder? Ich muss von der anderen Seite gucken, dann hat es auch ein Auge. Oh, geht nicht. Ja, schade. Ich dachte, vielleicht finde ich hier die Heilung, aber nein. Ja, hier ist ein Kalender. Das sind ja die kleinen Sachen, ne? Hier ist ein Kalender. Guck mal aufs Datum, aufs Jahresdatum. Oh, 2034. Ich krieg die. Excuse me. Nein. Schocko-Citrone. Ja. Sollen wir eine Quest machen oder was? Los geht's? Ja, ja. Ja, mal rein. Ab. Du musst. Was? Hast du? Du musst. Warte, warte, warte. Du hast gestartet, ne? Ja. Warte mal, ich muss dir noch folgen. Ach so, die läuft schon. Okay, wir brauchen Vorräte. Let's go. Also wieder hier runter. Hä? Wo war dein Gegner? Na, hier oben. Okay. Haben wir nicht gesehen? Jo, schwer ist. Du. So. Hier ist ein Gegner. Pass. Sogar zwei. Boah, heftig. Eww. Was denn? Ja, wie der gesplattert ist. Na, aber richtig. Ah, richtig. So richtig in alle Richtungen, weißt du. Wir sind Generator. Guck mal. War nur Eisen drinne. Ja, schade. Lol, dir einen ist runtergefallen. Na gut, wir müssen ja nicht aufräumen. Alle DP. So. 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 Oh, ich hab keine Ausdauer. Eigentlich macht sich das schon bemerkbar mit der Infektion, aber wir halten uns tapfer. Guck mal, diese Kiste hast du dir gesehen? Die ist ja fancy. Was geht da? Ah. Äh. Guck dir auf einmal her. Dann hat dir die runtergefallen. Oh, da ist. Silber und Gold drinne. Oh. Aber ich glaube, der Freie. Ich lass dir schon den Finger davon. Da ist zweimal Farming drinne. Das hab ich mal gemacht. Ja. Kann ich hier schon reingucken? Und das... Ja. Du musst sie eigentlich nur antippen, ne? Ja, genau. Anders muss ich einmal reingucken. Okay. Oh, ich bin wieder totally überladen, ey. Ich stack mal ein bisschen was weg. Ja. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich guck gleich mal. Okay. Warum hab ich... Achso, die Brille. Ich vergaß. Oh. Hast du Kartoffelsaat? Oder Maismehl? Also du... Äh. Hm? Maismehl auch? Nee. Okay. Das kannst du mir hinwerfen. Alles gut. Noch hältst du es in Grenzen. Mit welchen bist du überladen? Ich bin nicht überladen. Okay. Achso, jetzt haben wir... Hä, lol. Wir haben die Vorräte vergessen. Dann nochmal alles auf Anfang. Äh, ja. Hä? Sollen die hier sein? Ah, lol. Oh mein Gott. Also bei mir sind sie hier gewesen. Also bei mir sind sie hier gewesen. Guck mal. Ach, cool. Nee, bei mir sind sie unten. Ah ja, okay, dann. Wow. Ach, wie gemein. Oh, wie fies. Okay. Okay, hapsel. Okay, hapsel. Okay, hapsel. Okay, hapsel. Das haben wir ja alles übersehen. Hier war so ein Müllhaufen mit gefühlt zehn Sachen drin. Achso, ja. Also ich glaube, das habe ich da reingestackt. Gut. Jetzt bin ich überladen. Sollen wir zum Händler, oder? Ja, auf jeden. Vielleicht hat der irgendwie was. Auch keine dumme Idee. Einfach mal mal Händler gucken, ob der Honig hat. Hm. Bist du da? Ja, gleich. Wie viel bist du denn drüber? Acht. Ja, dann schmeißen wir noch drei hin. Zwei, drei Sachen. So. Ich habe noch einen Platz in der Leiste frei. Okay, also ich bin jetzt fünf drüber, das passt ja. Ich ja auch. Also. Oh, Loot. Guck mal, hier ist Sperrjäger, da war ein Eins drin. Ah, ich habe es ausgenommen. Der will schön. Nice. Ich wollte jetzt aufbrechen, das hat nicht so funktioniert. Ja, am Ende geht noch eine Alarmanlage los. Oh, das wäre richtig geil. Dann hast du dann so eine ganze... Weiß ich nicht. Überleg mal nachts dann. Oh. 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 Das wäre ja, bräuchte ich ja nicht. Hallo. So. Warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich das noch skillen kann. Mhm. Yes. Auf das nächste brauche ich dann Intelligenz 10, das ist ein bisschen. Soll ich Silber und Gold verkaufen? Ja, oder? Ich meine, es gibt ja schon richtig gut Geld. Oh, Junge, ich habe ja als Kaspel auch noch einfach 1500 Holz. Okay. Der hat keinen Honig. Soll ich die nehmen? Oder halt Muni. Muni ist halt besser, ne? Eigentlich schon, ja. Oder eine Helmlicht-Mod. Nein. Warum nicht? Du weißt, dass wir die ganz oft kriegen. Also Muni oder Holz? Ja, dann schon Muni. Okay. So. Achso, ich habe schon, ja, abgegeben und habe schon eine neue Quest wieder angenommen. Ja, ich auch. Aber der hat so Medizinbücher. Vielleicht hole ich mir die mal, hm? Ja. Well, it's about time you bought something. So, was kann ich jetzt? Ähm. Medizin. Oh, ich brauche noch acht Bücher. Und dann kann ich erst das natürlich an Biotika herstellen. Das ist arg. Ich habe ja noch Bücher für dich, aber keine medizinischen. Das ist okay. Dann habe ich das noch. Ja. Ja, okay. Dankeschön. Bitte. Das war der Automat vielleicht honig. Ich meine, ich meine, jetzt wäre mir sehr einfallsreich, ne? Nee. Schade. Sollen wir mal da drüben noch in dieses Silo reingehen? Ja, ich, dann stacke ich mal kurz in die Kiste. Mhm. Halt die Verbände, brauche ich. So. 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 Ja, da steht ja ne Schmiede. Okay. Krass, gell? Also ich weiß auch schon, wo es Land geht. Ich war hier nämlich schon. Ach ja, okay. Ja. Das ist ja sehr verwinkelt hier. Ja. Also okay, ab jetzt war ich nicht weiter. Wow. Okay, ciao. Au. Au. Ist der tot? Erstmal nachladen. Nein. Okay. Ich muss auch eben nachladen. Oh. Müll. Geht's bei dir weiter? Ja. Okay. Huch. Achso, hier war offen. Ich bin einfach Morion, ja? Ja. Da sind Klappen im Boden. Oh, verschlossen. Oh mein Gott. Ah. Ich geh mal kurz an die Kiste, mein Gipsverband rausholen, ja. Ja. Das muss ja jetzt passieren. So, okay. Ich komme wieder hoch. Oder ist da gar nichts mehr? Nee, bleib unten. Nee, bleib unten. Äh, scheiße. Hallo. Hallo. Ich bin ja in den Silos. Ja. Aber das Ding ist, wenn ich da hoch will, die Türen sind ja verschlossen. Ah, okay. Na ja. Hab ja sonst nichts zu tun. Ah, hier warst du schon drin. Hm. Du bist mir einer, ey. Wegen? Na ja, du bist ja nicht mal gesprungen. Du bist einfach losgelaufen. In meinem Kopf hat das alles funktioniert, okay? Okay. Hab's gleich. So in zehn Jahren dann. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Soll ich sicher nicht hochkommen? Ja, ja, alles gut. Ah ja, vielleicht hätte ich es gleich so probieren sollen. Aber warum geht's denn hier nicht weiter? Oh, hör auf. Lass das, das macht mir Angst. Hä, was denn? Da ist, äh, bei dem einen Silo, wo du runtergefallen bist, sind, aber stürzen Platten immer ein. Ah, okay. Aber da sind doch noch Zombies drin. Ich muss doch da irgendwie lang kommen. Oh. Oh, klein. Nein! Was denn? Ich bin dann auch runtergefallen. Hast du noch ein Gips einstecken? Ja, warte, ich hab geholt. Äh, hier bitte schön. Danke. Ich möchte dann jetzt nach Hause. Ich hab versucht, mich hochzubauen. Vergiss es. Du kannst dich nicht mehr stupide nach oben bauen. Geht's nicht? Hm, hm. Nee, ich stürze es irgendwann ein. Guck mal hier. Hab ich noch ein Buch. Na warte, ich brauch noch einen. Und einen Mantel. Zieh dich mal an. Okay. Okay. Ja. Dankeschön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ich nehm einfach mal ganz viel Stuff mit. Und dann sortieren wir das drüben einfach weg. Okay. Ist auch voll. Okay, offensichtlich schon. Hallo? Hallo? Ah. Das ist schon diskoliert. Hast du nicht gehört, dass ich gesagt hab, kannst du mir ruhig noch drei Dinger hinwerfen, weil ich nicht voll bin? Nee, du hast nichts gesagt. Ich hab voll was gesagt. Nee, wirklich nicht. Ja? Klar. Also echt nicht. Also echt nicht. Hast du die Schmiede mitgenommen? Nee. Soll ich sie holen? Ja, bitte. Ja, warte. So, sieht das doch schon wieder besser aus. Aber witzig. Ich dachte noch, sie redet gar nicht mehr. Ich hab aber was gesagt. Ja, ist ja jetzt auch behauptet. Ich friere. Voll. Ja, ich bin nass. Wir haben nicht mal ein Dach hier fertig. Achso, wahrscheinlich, weil es nicht ausgebaut ist. Ja. Hast du eigentlich Knochen zum Kochen? Hm, nur für späteres, glaube ich. Okay. Also für Kleber zum Beispiel, brauche ich Knochen. Oh, ist doch. Hast du gehört? Ja. Okay. Ich geh dann die Schmiede mit einem Bein holen. Ja, vor allem, ich bin ja auch nochmal runtergefallen. Und hab es mir gerade nochmal gebrochen. Gut. Oder? Ja. Hab so ein Talent. Das hast du wirklich, ja. So. Ach, scheiße. Taktwetter, ey. Ja, es ist nicht so ideal, ja. Aber es könnte schlimmer sein. Mhm. Es könnte schneien. Das ist wohl wahr, ja. So. ich bringe dann die schmiede ja das ist nett und wo soll ich sie hinstellen gibt es mir grün ist grün ja hier würde ich sie nicht gerne stehen haben okay also wenn man ausbaut dann ist es nicht mehr so wie es war also es scheint als hätte sich da auch was geändert hast du noch trübes wasser nein du brauchst du diesen wasser ja da vorne kommt da so eine kleine horde oh ja ich sehe es komm mal hoch in den turm bitte aber mein feuer die machen das bestimmt nicht kaputt ich will nur wissen ob das hier funktioniert weißt du also lasst vielleicht mal so ein zwei hier her laufen theoretisch müssten die ok dahin gehen wo es am schwächsten ist theoretisch müssten die da hochhüpfen ja aber es ist ja noch bei weitem nicht lange ausgebaut ah nee der wollte lang laufen das prinzip funktioniert noch sehr gut zu wissen wirklich ja finde ich tatsächlich auch sehr schön oh oh ich habe keine keine blöcke mehr ich gehe kurz meine achse operieren und holz holen oh da ist ja holz ist es für mich ja bedien dich oh haa danke ja bitte das ist ja lieb wieder sechs punkte äh skill punkte ja krass also ich muss gerade mal sagen für tag drei ja läuft das richtig gut doch schon ganz gut aus ich meine ich werde nächste zeit mal sterben einfach um die infektion wieder wegzukriegen ist halt da und so ja 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 ich müsste einmal hoch stehe ich dir im weg nein dankeschön vielen lieben dank bitteschön du müsstest mir nächstes mal dir die scharfschützen dinger überlassen weil das ist bei dieser wahrnehmung dabei wo dieser schatzsucher und so ist ja gern mache ich kein problem es wird neblig also ein bisschen ein bisschen so okay dann baue ich das jetzt mal aus und dann schauen wir nochmal ob sie schmiede hält ich meine ich habe schon wesentlich unstabiler gebaut und es hatte keine probleme gemacht ja bis ich kam und ausbauen wollte ich meine jetzt nicht mal das auch wenn es ein schönes beispiel war für die statik dieses spiels aber ich meine wir hatten ja schon so viele häuser gebaut irgendwann muss man ja ein bisschen was stabil hinkriegen ja tatsächlich guck mal da ist noch so ein daum stumpf oh ich weiß allerdings nicht wie viel es hilft dir honig zu machen also wenn du honig nimmst eigentlich gar nicht ja dann wäre es eigentlich honigverschwendung fast bei 30 prozent ja das ich glaube 15 gar hat honig geheilt ich meine hattest du eigentlich auch noch eine quest angenommen ja ich meine schon ja tatsächlich ja 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 ich war mir kurz nicht sicher du 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 w 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 Hmm. Lass mich mal kurz denken. Ich würde Entdeckung gerne darstellen. Später. Warum? Wegen dem Ding. Achso. Die sind jetzt halt so groß. Oder hatten die vorher auch schon zwei Plätze überlegt? Schmieden doch nur eine, oder? Nee. Stimmt, Schmiede war einer, ja. Ja. Das ist ein Rückschritt, du. Jawohl. Okay. So. Okay. Easy. First try. Pelze, ja? Ja. Krass. Ich komm. Ich will gucken. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ach ja. Krass. Kann man schon anfangen Zeug einzuschmelzen? Äh, ja. Ey, du müsstest bitte nochmal ans Feuer gehen. Mhm. Also ans Lagerfeuer. Mhm. Und dann kannst du dir schon, äh, rausnehmen das, was drin ist. Okay. Ja. Mach ich's doch sofort. Nein, machst du nicht sofort. Doch. Sekunde. Mhm. Entschuldigung. So. Ach, schön. Schon richtig heimlich. Ja. Klar. Ja. Ja. Du bist. Ja. 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 so bin da bin da bin da krass speck was davon kann ich nehmen alles oder was echt alles ja krass danke da jemand fleißig na klar aber unser wasser wird langsam ein bisschen knapp gibt man ein paar kochbücher und schon geht es ja voll ab ja ja wie hießen das ding noch mal tausammler ja da war noch mal so ein ding kannst du ich kann es nicht ich nicht weil ich was brauche ich arbeitsstation 2 bräuchte ich glaube doch wenn man es gerade so leisten sehen wir auch 100 kunststoff alle da vier klebeband vier eisenrohre und wir haben nicht so viel klebeband was braucht kleber und stoff lebe stoff machen wir mal 20 schläbeband so da brauche ich noch vier rohre und den filter wo soll man es dann hinstellen oder wo soll man es zukünftig dann machen mit der mit der küche so also mit dem kochen und so ja schon relativ weit oben oder auf dem dach dann so eine kiste geklebt vielleicht ja ich will da sowas rein machen also wieso die zutaten fürs essen weißt du dass ich nicht jedes mal erst im moment im moment rein latschen muss soll ich dann aufs dach quasi das putterzeug machen ja wo hättest du es denn hin gemacht oder da in diesem mittelraum kann man auch reicht aber das ist blöd wegen einem tausammler ja ich weiß nicht wie die funktionieren na ich gehe mal davon aus so ein bisschen wie bei auf forest die schildkrittenpanzer mhm also hier steht sammelt im laufe der zeit taufe sauberes trinkwasser mhm deswegen dachte ich vielleicht aufs dach ja machen wir noch einen stock vielleicht drauf immer so wunderschön hier mhm wir sind schon wieder bei 40 minuten boah das geht aber auch so schnell gell ja äh achso baublock ja ich hab dann noch kein holz mehr willst du haben aber ich hab auch kaum noch was ja ich hab deine vorräte ja oh vorräte ja genommen so der rest der hier unten jetzt unausgebaut ist da würde ich noch kisten hin machen wollen ja äh das war ja der plan eben gut sollen wir dann erstmal feiern machen oder ja ja ok dann machen wir das doch cool dann würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen und wir sehen uns morgens bei einer weiteren Folge 7 days to die ja ja ok dann tschau tschüss 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 ade